Jo, willkommen zurück zu einem, ich nenne es mal, kleines Infovideo. Und zwar, wie ihr ja wisst, oder wahrscheinlich wisst, kommt ja an diesem Donnerstag, also morgen, wo ich jetzt das Video aufnehme, gesehen, morgen, die Version 0.7.4 raus. So, was sagt uns das? Juhu, juhu, wahrscheinlich wisst ihr schon, Wanked Season 9 beginnt. So, in dieser Season ist es ein bisschen was anderes, und zwar ist es so, dass drei Tierstufen dort diesmal teilnehmen. Von Rang 23 bis 11, Rang 8, äh, Rang 8, Tier 8 Schiffe, von Rang 10 bis 2 Tier 10 Schiffe. Und was, und das Lustige ist, was ich irgendwie nicht verstehe, ist, bei Tier 1, ist dann Tier 7. So, ja, fragt mich nicht warum, aber okay. Ich hoffe, dass ich vielleicht bis Anfang Mai vielleicht dann die Conqueror auf Tier 10 habe, dass ich dann später mit Rang 10 weitermachen kann. So, warum erzähle ich das euch alles? Ja, weil ich nämlich am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr einen Stream starten werde, in dem ich Wanked-Gefechte fahren werde. Äh, ja, da freue ich mich über jeden Zuschauer, wie immer. Äh, wie lang der Stream geht, weiß ich nicht. Entweder bis Rang 11, wenn es gut geht, oder bis ich keine Lust mehr habe, oder bis es einfach nur noch Salz isst. Äh, weil man weiß es nicht, wie es endet. Ja. Wer sich jetzt denkt, äh, ja, warum aber nachmittags und so, verpasse ich doch dann keine Sorge. Jeder kann es sehen, weil ich nämlich die Wanked-Gefechte aufnehmen werde für YouTube. Und diese auch so gut wie fast jeden Tag versuchen werde hochzuladen. Also, es wird jeder was davon sehen, wie man gewinnt und versagt, oder nicht versagt, sondern verliert und dann salzig wird und, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Ja, so, das war jetzt so alles im Groben. Wie gesagt, Freitag am 27.04. zwischen 13 und 14 Uhr startet der Stream. Und ab dem darauffolgenden Tag, fast jeden Tag, kommen dann Videos von Wanked-Season. Auch eine extra Playlist dann auch. Äh, ich sagte Season 9, ne. Nicht, dass ich, wenn ich vorher gesagt habe, Season 8, weil bis eben gerade war ich irgendwie im Begriff von Season 8. Aber es ist Season 9, so. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, jetzt lasst mich mal nochmal überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Achso, genau. Ja, ich werde da wohl starten mit Rang 18, glaube ich, sogar schon von 23, weil ich in der letzten Season mit 14 aufgehört habe. Weil ihr bekommt ja von der letzten Season Sterne, die euch dann irgendwie in der nächsten gutgeschrieben werden. Und ja. Ja, auf jeden Fall, dann sehen wir uns hoffentlich Freitag wieder. Zwischen 13 und 14 Uhr, wie gesagt. Plus, minus. Ne. Steht das nicht genau fest, aber so ab spätestens 14 Uhr wird er starten. So, dann bis Freitag. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.